Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast- bzw. YouTube-Episode. Mein Name ist Tanja Hermann-Hurzig und in dieser Episode geht es wie immer um das Thema Karriere und Bewerbung. Heute, aus aktuellem Anlass, nehmen wir uns mal das Thema Rückmeldung aus Personalabteilungen vor. Die können Wochen dauern. Was kann ich tun? So ein Bewerbungsprozess kann sich ja echt in die Länge ziehen. Und wir haben hier in Nordrhein-Westfalen gerade Sommerferien. Je nachdem, wann Sie diesen Podcast hören, denken Sie vielleicht, wovon redet sie. Aber dieses Sommerloch oder Winterloch kommt ja irgendwie jedes Jahr wieder. Und deshalb dachte ich, ich muss dazu einfach nochmal eine Podcast-Episode aufnehmen, weil so ein Bewerbungsprozess kostet ja echt Nerven. Und ich war jetzt tatsächlich drei Wochen im Urlaub und habe an dem folgenden Montag wieder mit meinen Coaches gearbeitet und sage und schreibe, gab es echt einige, einige, ich würde mal fast sagen, die Mehrzahl, die mir erzählt haben, sie haben seit vier Wochen nichts, nichts von ihrer Bewerbung gehört. Und dann dachte ich so, das kann doch nicht wahr sein. Und habe tatsächlich ein Short, ein ganz kurzes Video dazu aufgenommen und gesagt, liebe Personalabteilung, das kann doch nicht sein, dass ihr vier Wochen lang die Bewerber im Nirwana lasst. Und dann habe ich mir nochmal Gedanken gemacht, woran kann das eigentlich liegen? Weil es hilft ja nichts, auf den Personalabteilungen rumzuhacken, sondern die Frage ist ja, was kann ich Ihnen mit an die Hand geben, damit Sie die vier Wochen gut überbrücken und damit Sie vielleicht auch wissen, wie sieht es vielleicht auch hinter den Kulissen aus? Vielleicht ist das gar nicht so klar. Ich habe ja selber jahrzehntelang als Personalerin, als Personalleiterin gearbeitet und natürlich haben bei mir auch Prozesse ein bisschen länger gedauert, aber da war es auch noch nicht so, dass, also wir haben tatsächlich natürlich Bewerbermanagementsysteme eingeführt, aber ich meine, früher war es noch mit Brief und Antwort. Und mittlerweile geht das ja so einfach, ja, also eine Bewerbung kommt rein. Es gibt ein Bewerbermanagementsystem und eigentlich sollte Ihnen sofort die Bestätigung ins Haus flattern. Bei manchen ist es so, dass gleich die Absage mitkommt, ja, je nachdem, wie das System eingestellt ist, weil die über verschiedene Raster direkt vorauswählen und dann ist entweder Gehalt zu hoch oder vielleicht zu jung, zu alt, ja, bestimmte Kenntnisse nicht vorhanden und zack, sagt gleich die Maschine und nicht der Mensch, das war nichts. Also von daher, es gibt die eine und die andere Seite und ich finde, die Bandbreite geht gerade extrem auseinander zwischen super coolen Personaler, Kolleginnen, die ich kenne, die innerhalb von 24 Stunden einen Vertrag vorlegen, unterschrieben und Unternehmen und da sind richtig große Unternehmen dabei, die es leider noch nicht mal auf die Kette kriegen. Naja, also Eingangsbestätigung klappt meistens noch und danach stillrote See und man hört gar nichts mehr. So, woran kann das jetzt liegen? Ich sage jetzt mal, früher, vor Corona, noch länger her, haben wir tatsächlich auf Stellenausschreibungen viele, viele Bewerbungen gekommen. Also, wenn ich an Sat.1-Zeiten denke, habe ich, da habe ich mal eine Trainee-Stelle ausgeschrieben und es war Wahnsinn. Also, wir haben wirklich, das war noch Post, wir haben, ich glaube, es waren acht Waschkörbe voll mit Bewerbungen, die wir versucht haben irgendwie zu sortieren, was ja gar nicht so einfach war, wenn man Trainee sucht, ne. Was sind denn wirklich die Auswahlkriterien? Also, von daher, das war wirklich viel. Ganz ehrlich, in heutigen Zeiten, ich bin auf vielen Karriere-Tagen unterwegs und ich spreche mit ganz vielen Bewerbern auch, aber mit ganz vielen Personalern und die sagen, wenn ich eine, je nachdem, was es für ein Unternehmen ist, Bewerbung mit nach Hause kommen, sage ich schon, ey, super. So, das heißt, also, große Unternehmen, ja, die bekommen vielleicht noch viele Bewerbungen, aber viele ist immer noch relativ. Also, dass die überschüttet werden mit Hunderten von Bewerbungen, glaube ich, definitiv. Es sei denn, sie haben reingeschrieben, dass es 150.000 Euro Gehalt gibt für eine bestimmte Stelle und jeder sagt, ey, super, da bin ich dabei. Aber, Scherz beiseite, das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, ja. Also, dass es so wahnsinnig viele Bewerbungen sind, glaube ich nicht. Und das ist mir aber auch nochmal wichtig, Ihnen als Bewerber mit auf den Weg zu geben, weil ganz viele Bewerber denken tatsächlich, es gibt noch wahnsinnig viele Bewerbungen auf eine Stelle. Nein, gibt es nicht. Von daher, das wird sicherlich nicht der Grund sein und mit One-Click-Bewerbungen ist es manchmal ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich ist sicherlich nicht das der Grund. Es ist natürlich so, dass verschiedene Personalabteilungen vielleicht nur eine Person haben und die ist für das ganze Personalwesen zuständig. Das heißt, die macht nicht nur den ganzen Bewerbungsprozess, sondern ist auch noch für Lohn und Gehalt zuständig, macht noch das Marketing dafür und so weiter und so fort. Bei Marketing könnte sie direkter anfangen, aber das ist ein anderes Thema. Aber das heißt also, natürlich, die sind dann für andere Themen auch noch zuständig und wenn es irgendwo anders brennt, ja, dann sind sie vielleicht gerade mit anderen Themen unterwegs. Das heißt, natürlich gibt es Situationen, wo vielleicht auch gerade in kleineren Unternehmen Personalabteilungen mit ganz vielen Themen unterwegs sind und da steht dann vielleicht die Priorisierung der Bewerbungsunterlagen leider nicht direkt an oberster Stelle. Was viel häufiger vorkommt und das ist vielleicht was, was Ihnen gar nicht so klar ist, deshalb möchte ich das auch nochmal mit in die Waagschale werfen, nicht um die Personaler zu entschuldigen und den Schutz zu nehmen, es geht trotzdem nicht, aber um Ihnen vielleicht nochmal so ein bisschen ein Verständnis dafür mit auf den Weg zu geben. In meiner Rolle als Personalleiterin habe ich natürlich immer mit den Abteilungen mich abgesprochen, wie sieht die Stelle in Zukunft aus, wen brauchen wir, wen suchen wir, welche genauen Anforderungen sind es. Und dann haben wir das gemeinsam ausgeschrieben, dann trudelten die Bewerbungen ein und dann haben wir die Bewerbung wieder weitergegeben. Je nachdem, mit welchem System man unterwegs ist, dauert das unterschiedlich lange, wobei elektronisch können die ja sofort zugreifen. So, aber in den Fachabteilungen ist es manchmal dann so schlimm, dass es so brennt, weil eigentlich dringend eine Person gesucht wird, dass aber keiner dazu kommt, sich in Ruhe mal hinzusetzen, um die Bewerbungsunterlagen durchzuschauen. Also von daher so ein bisschen Verständnis für die Fachabteilungen. Manchmal ist es auch andersrum, dass die Fachabteilungen drängeln und sagen, ich habe jetzt hier so viele gute Bewerber, sehen Sie zu, dass Sie die einladen. Aber ganz häufig sind es echt die internen Prozesse, dass es irgendwo wieder hängt, weil irgendjemand die Freigabe nicht gemacht hat oder irgendwo das Knöpfchen nicht gedrückt wurde. Oder dass man halt plötzlich auch, also das ist auch häufig passiert, dass man zum Beispiel Bewerbung bekommt und sagt so, ganz ehrlich, irgendwie haben wir in der Ausschreibung einen Fehler gemacht. Das, was wir jetzt an Bewerbung gekommen haben, suchen wir endlich gar nicht. Also findet den Fehler, ja, vorher bei der Ausschreibung nochmal genauer gucken, was suche ich eigentlich, um dann zu gucken, wie geht der Bewerbungsprozess weiter. Nur die ganzen Bewerbungen, die man jetzt schon hat, hängen in der Pipeline und die Personaler fangen an, mit der Fachabteilung zu suchen, finden wir nicht noch jemanden, der besser mit den Qualifikationen passt. Und Sie als Bewerber hängen da und wissen nicht, woran es liegt. Ja, und dann wird die Stelle nochmal ausgeschrieben mit vielleicht ein bisschen Veränderung und Sie fragen sich, sag mal, ich habe mich doch beworben, wieso schreiben wir die Stelle nochmal aus? Da hilft es auch immer, einfach mal anzurufen und zu sagen, ich habe gesehen, die Stelle wurde nochmal ausgeschrieben, wie ist denn jetzt das weitere Verfahren? Also, das heißt, der interne Abstimmungsprozess in den Abteilungen ist echt nicht zu unterschätzen und ich glaube, das ist was, wo ich immer noch Verständnis für habe, trotzdem vier Wochen geht eigentlich gar nicht. Und dann gibt es aber auch Unternehmen, Stillroter See, und da gibt es tatsächlich überhaupt kein Feedback. Also, ich habe schon von Coachies gehört, die mir erzählt haben, sie haben nach drei Monaten eine Eingangsbestätigung bekommen oder sie haben nach einem Jahr eine Absage bekommen. Also, das sind halt noch nicht so optimale Prozesse. Wenn Sie sich als Personaler bewerben, dann sollten Sie da an den Prozess direkt ein Feedback senden und sagen, Mensch, also das ist auf jeden Fall wichtig, das Ganze zu verbessern. Grundsätzlich, denke ich, ist es immer wichtig, Geduld zu bewahren und ich glaube, das Schlimmste ist wirklich, dass man das natürlich irgendwie immer persönlich nimmt. Es wird irgendwie überhaupt nicht reagiert. Was Sie immer machen können ist, ich finde, zwei Wochen ist absolut eine ausreichende Zeit, dass die Personalabteilung sich mal Gedanken darüber gemacht hat, sind es die richtigen Bewerber oder müssen wir nochmal ausschreiben oder vielleicht sind sie schon in den ersten Prozessen. Nach 14 Tagen einfach mal nachzufragen. Und vielleicht auch nochmal, manchmal ist es ja so, dass die Personaler anfangen mit den ersten Gesprächen, das aber Bewerber auch nicht immer können. Das heißt, bis die ersten eingeladen worden sind, bis die ersten Gespräche geführt sind, bis man dann sagt, okay, mit denen können wir das uns echt wirklich vorstellen, dann schickt man einen Arbeitsvertrag raus, dann muss er zurückkommen. Und vielleicht sind sie auf Nummer drei oder auf Platz vier und sind aber eigentlich von den Qualifikationen passt es. Man hat aber zwei oder drei gefunden, die noch besser passen und dann fängt man mit denen einfach an, diesen Prozess zu gestalten und versucht, die einzustellen. Aber da können auch immer nochmal viele Sachen dazwischen sein und dann kann es eben auch sein, dass man sagt, Mensch, die Person hat jetzt doch nicht unterschrieben, jetzt gehen wir weiter im Prozess. So ist es einfach, so ist der Blick hinter den Kulissen. Häufig führt man mit so vier, fünf Personen Vorstellungsgespräche. Einfacher wäre es natürlich, einfach mal das Telefon zu nehmen, aber so viele sind irgendwie noch nicht so weit, dass sie das schaffen. Konnte man früher auch schon, aber das ist ein anderes Thema. Also, was können sie tun? Natürlich nochmal anrufen nach 14 Tagen und sagen, sie hätten sich dann und dann beworben. Sie hätten zwar einen Zwischenbescheid bekommen, aber würden sich jetzt doch wundern, dass es so lange dauert, wie denn der Prozess ist. Vor allem natürlich, wenn sie sich bei verschiedenen anderen Positionen beworben haben und da auch schon in der näheren Auswahl sind und sagen, also eigentlich finde ich das andere Unternehmen wirklich besser, ich brauche aber jetzt irgendwie eine Entscheidungsgrundlage. Und dann finde ich das vollkommen okay, dass sie anrufen und sagen, passen Sie mal auf, ich habe hier noch zwei andere Entscheidungen, die ich jetzt aber treffen muss. Wie schnell ist der Prozess bei Ihnen? Kann ich damit rechnen, dass ich ins Vorstellungsgespräch eingeladen werde? Wann wird es sein? Weil ich muss mich jetzt entscheiden und ansonsten muss ich mich für ein anderes Unternehmen entscheiden. Ich finde, es ist vollkommen legitim. Es ist momentan ein Bewerbemarkt. Das heißt, sie können sich eigentlich die Jobs aussuchen und deshalb müssen die Personale einfach mal in die Pötte kommen. Wichtig ist, sich nicht auf ein Unternehmen zu verlassen. Also, wenn Sie diesen Podcast hören oder diesen Blog lesen, dann ist es wahrscheinlich nicht so, dass Sie sagen, ich habe in der Zeitung zufällig oder im Internet zufällig genau bei dem Unternehmen die Stelle gesehen und nur deswegen bewerbe ich mich. Wahrscheinlich ist es so, dass Sie sagen, langfristig möchte ich mich bewerben, langfristig will ich hier weg und Sie bewerben sich nicht nur auf eine Stelle. Und da vielleicht nochmal der Tipp. Der Tipp, überlegen Sie sich, also ich meine die Anfangsphase, was will ich eigentlich, was kann ich eigentlich und so weiter, da sind wir jetzt schon drüber, aber überlegen Sie sich dann, welches sind denn so die zehn Unternehmen, die Sie spannend finden. Und die setzen Sie mal in eine Reihenfolge und dann fangen Sie mit denen an, die Sie vielleicht nicht ganz so spannend finden, können Sie ein bisschen üben. Und wenn Sie dann sich vorgearbeitet haben, bis zu dem Unternehmen, wo Sie sagen, boah, das finde ich jetzt echt super, dann wissen Sie schon, welche Bewerbungen kommen gut an, wie kann ich im Vorstellungsgespräch gut punkten. Und das haben Sie dann alles schon geübt, welche Fragen kommen, wie habe ich mich am besten vorbereitet. Und je mehr Sie da schon geübt haben, desto souveräner und entspannter gehen Sie dann zu dem Arbeitgeber, zu der Stelle, wo Sie sagen, boah, das wäre jetzt echt cool. Wenn Sie eine Absage bekommen, dann fragen Sie einfach nochmal nach, woran hat es gelegen. Ich möchte mich gerne verbessern, was kann ich tun, damit ich beim nächsten Mal besser punkten kann. Es gibt das Allgemeine Gleichstellungsgesetz, AGG, und deshalb erzählen ganz viele Personalabteilungen nicht mehr, was war wirklich der ausschlaggebende Grund, weil sie Angst vor Schadenersatzklagen haben. Und auch ich habe damals meinen Mitarbeiterinnen gesagt, also wenn hier jemand über eine Absage spricht, dann ich. Aber es gibt ja bestimmte Punkte, die jetzt nicht AGG-gefährlich sind und die kann man ja dann durchaus auch erwähnen. Das heißt, eine Absage haben Sie eh schon. Fragen Sie nach, rufen Sie an, nehmen Sie den Hörer in die Hand und sagen, Mensch, ich fand das Gespräch total klasse, das hat mir gut gefallen. Ich habe jetzt eine Absage bekommen, was kann ich beim nächsten Mal besser machen, damit mir das nicht nochmal passiert. Und ich habe definitiv mehrere Coaches, die das gemacht haben und die dadurch tatsächlich auch den Job dann gekriegt haben, weil die dann gesagt haben, Mensch, das haben wir gar nicht so gesehen oder das und das haben wir damit aus dem Weg geräumt. Und ich habe auch einen Coaches, der hat nach einer Absage ohne Gespräch einen Anruf beim Unternehmen getätigt und hat den Job gekriegt. Also von daher, Absage haben Sie schon. Was kann noch Schlimmeres passieren? Nehmen Sie den Hörer in die Hand und rufen Sie einfach mal an. So, nichtsdestotrotz finde ich vier Wochen nichts. Keine Rückmeldung, geht gar nicht. Aber ich habe mir gedacht, bevor ich irgendwie nur auf die Personaler schimpfe und sage, das geht gar nicht, habe ich nochmal ein paar Tipps, die Ihnen vielleicht weiterhelfen, diese vier Wochen gut zu überstehen und das Ganze nicht persönlich zu nehmen, sondern daran zu denken, dass einfach hinter den Kulissen verschiedene Sachen nicht rund laufen und das definitiv nicht an Ihrer Bewerbung liegt. Viel Erfolg! Und wenn Sie sagen, Mensch, wie mache ich das denn, dass ich genau herausfinde, was genau der richtige Job ist, bei welcher Firma ich mich bewerbe? Ab September starte ich wieder mit meinem Kurs Next Step, wo wir in einer Gemeinschaftsaktion anfangen herauszufinden, was können Sie eigentlich, was wollen Sie eigentlich, was ist Ihnen wichtig und dann Schritt für Schritt vorwärts gehen, um herauszufinden, wie und wo und wozu und weswegen und für welchen Job vor allem Sie sich am besten bewerben und wie Sie das Ganze machen. Sie finden das auf meiner Website unter Next Step, je nachdem, wann Sie diesen Podcast hören und können sich entweder auf die Warteliste eintragen oder Sie können direkt sagen, yes, ich bin dabei. Viel Erfolg nun durchstarten! Wenn Sie sich unsicher sind und sagen, oh, ich weiß noch gar nicht, was für mich jetzt die richtige Lösung ist, ich habe eine virtuelle Kaffeepause, da können Sie sich für ein 20-minütiges, kostenfreies Strategiegespräch anmelden und da schauen wir erst mal, wo stehen Sie denn und welche Schritte sind jetzt wirklich sinnvoll, wie kann ich Sie unterstützen und das finden Sie auch auf meiner Webseite in meinem Kalender finden Sie dann da einen Timeslot und dann freue ich mich, wenn wir uns beide sehen. Viel Erfolg beim Durchstarten!